Ach komm, wie alt bist du? 22, 23? Ich bin 25. Denkt man doch noch so ab, oder? Ja, die ganze Zeit. Ist doch bei dir nicht anders, oder? Das kann ich mir total gut vorstellen. Es bleibt einfach alles so. Überhaupt nicht. Ich seh das nicht so. Im Gegenteil, das wird immer mehr. Wird einfach immer mehr. Geht viel weiter, weißt du? Man muss es machen. Einfach machen. Sonst funktioniert es nicht. Zumindest bei mir ist es so. Sag mal, hast du was zum Anziehen? Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Ist das deine Vorstellung von einem Gespräch? Jetzt reicht's aber. Morgen beginne ich mit dem Kurs. Aerobics? Nein. Flaubert und die häusliche Versklavung der Frau. Oder muss ein Mensch mit einem Penis ein blödes Arschloch sein? Es ist perfekt. Den Kurs schaffst du mit links. Ganz recht. Das ist ein Mensch mit einem Penis ein blödes Arschloch.